Scheune in Äpfenbach brennt vollständig aus. Wie es heißt, wurden die Rettungskräfte am Sonntagmorgen über den Notruf informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits die zwischen zwei Wohnhäusern befindliche Scheune in Vollbrand. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus nicht mehr verhindert werden, sodass dort der Dachstuhl ebenfalls anfing zu brennen. Die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser konnten diese selbstständig verlassen, verletzt wurde niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von ca. 150.000 Euro. Die Brandursache ist nach derzeitigem Stand noch unklar.